Norddeutscher Rundfunk 2021 Der Barron hat sich mir gegenüber diesbezüglich nicht geäußert Wer glaubst du denn, so ein Baron macht einem einfachen Angestellten Vertraulichkeiten? Das wäre in der Tat ein Widerspruch Baron Kobertski! Das freut mich aber ungemein, dass sie mir gleich einen Besuch abstatten Aber wie haben sie denn hierher gefunden? Und Champagner haben sie ja auch mitgebracht Das wäre nun wirklich nicht nötig gewesen Ich hatte gewissermaßen so eine Vorahnung und war für sie auf der Jagd Das kommt von deinem Vegetarismus, Jakob Sie halten dich für einen wandelnden Kopfsalat